Ich schrei gleich mal los, Alter, aber richtig, ey. So. Oder Warships und Kevin, so, bam. Wieder in den Achtern und dann... Ja, ich weiß, ich schrei dich gerne an. Ist so ein Hobby von mir. Lass uns jetzt mal schön entspannt hier lang tuckern. In einem 9er-Match. Oh, es ist ein Flugsugträger dabei. Yay. Ja, ist ein Hohenträger dabei. Ja, ich weiß, das ist nicht geil. Ich bin übrigens 38 Knoten schnell. Warum? Hast du Flagge drin oder was? Ein Signal hab ich drin, ja. Aber mir fährt gerade auf. Vielleicht, ganz vielleicht, ja. Hab ich kein Deto-Signal dabei. Ich auch nicht. Braucht man ja auch nicht. Aber ein Signal für Brandwahrscheinlichkeit. Ah, ich bin offen! Flugzeug! Töten, 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 töten! Ist halt witzig, die Friesland so krasse Fluger wären, ne? Die klatschen, die sind auch weg. Dele, dee, 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 dee dee, 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 dee. Nicht getroffen? Arsch versoffen, nanananana. Ne, ne, jetzt kriegst du uns die Delle. Ist das so sexy. sie ja brenne und auch nicht ich dachte treffend richtig gut aber dann was doch nicht so fahrlich keppen gehen nein warum was hast du für die kämmerkeit man 11,3 okay gut ich hab noch mal ein ebel sonst kommt ja keiner kämpfen wir haben nur einen zerstörer ja die gegner auch oh ne die Scheiße Motel kommt zu nah ich finde es witzig wie die Scheiße Motel fast tot ist ey mhm wolltest du nicht in die Mitte fahren ich muss übrigens gleich wieder Pizza essen weil ich spiel gerade die Italiener und das kommt aus Italien ah du bist zum Teil die Italiener okay ich spiel doch gerade die Italiener siehst du das nicht oh god wow das war jetzt erst auf den Witz auf dein Schiff bezogen du hast dich geschneider du bist ja echt low wenn du lachen wenn du willst dass ich bei sowas lache musst du mir mehr Geld bezahlen dafür sorry sorry daddy naja nenn mich was was ne haha I call you oh god wir haben so schon wieder fast verloren ist entspannlich ja die Feine haben jetzt schon Kreuzer verloren ich sag ja nur die Feine haben schon Alaska verloren fällt mir genau okay wir haben schon Bad verloren übrigens ich geh jetzt Schaden oh nein nein und auch nicht von der Schadenersmark Habe ich ihm 2k gegeben Alter armk 2k's für dieses Schiff echt wenig sogar rechtlich wäre das eigentlich so Durchschnitt bei dem Schiff FDF wenn du obwohl ja ok mit der Venetia wenn du da gut riffs dann kriegst du immer so 100k Schellen äh 100k Schellen ja easy alter halt starte ich habe 10k Schellen gemeint auch nur wenn du Glück hast und der ich wünsche ich dieses auf deiner seite ist you know wenn ich die jesus reichweite auf meiner seite ist wenn obama wieder auf seiner seite ist es alles cool obama kärle das wird auf meiner seite ist los brenne du sau brenne er brennt zwar schon aber er will noch mehr brennen m ob es sich ziel ab aggression gegen flugzeuge der längst von uns erschienen wir müssen uns das er sie besoffen wir jetzt mit dem fast er hat es gewagt in einem spiel wo es darum geht andere schiff abzubauen auf dich geschossen was für einen monster wo kann er es nur wagen und welches von der schwelle und schwelle abgeschossen was ein extrem scheiß nach der zeit das ist es halt echt wenig für schwelle schwelle die ich meine ich meine Rage Bonus Rage Junge von die Welt der Kapitän der Captain ist geil das stimmt manche nennen ihn auch OP aber ich höre ich gerne was die wollen man kriegt nur Reichweite und weniger Nachhaltigkeit und alles dazu wenn man irgendwie was macht was nicht wirklich schlimm ist oder schwer ich mein Kill abstaunen kann er muss ja auch erst mal überleben Alter Fick dich! Na gut das war auch das einzig schwer das trifft mich einmal und meine Bruder ist kaputt er trifft dich einmal und ich hätte die Zeltelle gefressen ey ist ja schlimmer gewesen What the fuck? Achso du hast da alles wer hat Hain geschossen? Ich bismarck! Nö irgendwas anderes Nö irgendwas anderes Boah die Laien die schießt mit AP Au! Das war die Bismarck Brenne Japaner brenne! Ja ich mag du mag ich weiß du magst es heiß richtig geil fettig und oh ich habe jetzt auch Oh ne Bruder Ob du da muss das sein verscheidt Essen gerade was hast du denn schon wieder? Na klar auf die Zeltelle wird geschossen und ich kenne Cita De 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 jetzt gelöscht ich bin in der insel der ignoriert mich komplett jetzt aber ich im scheißegal und ich will auch noch ein bisschen aufmerksamkeit ich bin kleiner kreuzer ich will keine aufmerksamkeit mehr kommen wir trauen plätze nein nein ich will nein ich habe gelogen es war nicht mein ernst als ob ich jetzt aufmerksamkeit von neuner schlachtschiff haben will wenn ihr während ich halbbreitzeite zeige ich bin besoffen also bei den nebel finde ich echt gut der nebel ist echt geil das weiß ich wenn du im nahkampf bist kannst du den machen wenn du wenig leben hast du kannst ihn trotzdem torpedieren wenn du dein flugzeug dabei startest auch noch das ist echt nicht so sache ich weiß er will mich dass er die tür mit drehen oder ich weiß nicht egal dreh die fahrt keine ahnung panik alles gut gefahren jetzt vorne danke auch danke er brennt das feuer ist für ihn es brennt ein torpeda getroffen ich habe ein torpeda getroffen mami guck mal aufgrund der führung mit dem euro du bist du siehre als ob du an jetzt bist du gewesen als kohle das ist in külbe kommen so an sich gehen die külbe sind ja ein kleiner torped und ich baller drei millionen mal auf die zündet vier mal 1000 feuer an kriegst du den killweg ein wasser er kann es mal sehen wir franzosen gehen echt scharf mit unserem feuer um da brennt so schnell glaubst du gar nicht ich bin so eine pizza oder ja du musst jetzt schnell gehen oh ich bin jetzt sowieso tot ich glaube ich bin jetzt sowieso tot ich hoffe nicht easy peasy lemon squeezy dann gleich zehn sekunden später platz oh fuck ich will keine kohle essen ich will keine kohle essen oh aber kleiner bubu ey so ich fahr jetzt mal nach vorne langsam glaub ich schließlich ist die leiden durch tot und dann muss ich mal ein bisschen hier nach vorne kommen sonst krieg ich keinen gegner mehr jetzt soll man irgendwie sinnvoll aktiv werden oder was wir sind voll aktiv werden für mich verarschen naja reißt du deine sprüche ist okay für mich ah hänsel ist ja krass wie viele laien da aushält ne obwohl ja gut der monster hier ne kann kommen brennen an der front noch mal für mich bei b ja mach brenne von mir kommen ich zittet jetzt an ach okay so ist es auch so Autopilot an unsere müde Ballerfinger ja da möchte ich vielleicht wieder da und dann fährst du gleich wo rein ey geil darauf freu ich mich schon okay dann ist es bis mal da hinten war gleich ne Bismarck wohl eher gesagt ich glaube da wird auch gleich ne Bismarck gewesen sein denn ja 3 2 1 und bumm und mich ja da aber ist schon verkohlt ja ich möchte dich nicht ne ich habe nur schnell den Ofen ausgemacht und auch gemacht und dann lass es jetzt abkühlen geil kalte Pizza wer mag das nicht nur ja kalt soll es ja nicht sein nur kälter als jetzt okay kein damage auf die Musashi geil habe ich extra runterschießen lassen ja weil dann kick der hat eine linie rauschmehr rein und dann hätten wir diese flug dieses flug aids nicht darin dann wäre ich jetzt auch unsichtbar geblieben gelt witzig wie ich die ganze Zeit hier irgendwie außen vor gelassen werde und wollte die ganze Zeit damit voll mit leben umfährst gut du verpisst dich doch ja genau das meine ich nur weil du deine Mama dich dich lieb brauchst du nicht auf mich schießen gut jetzt wird es aber ganz schön persönlich ja also äh ja naja fuck wie soll ich denn schießen ey man ich sehe ihn nicht was ein Dreck du blöder Penner scheiß insel wer hat die insel dahin gebaut ja den Mama mein 3700 tp hol ich mir jetzt nicht hier ruhen ich weiß ob der jetzt genau ach leg mich doch mal ne danke ey verdammt muss nicht sein ja ist okay musst du auch nicht alles gut wenn du nicht willst kleiner musst du dann die dünne doch ich soll ja auch ein kleiner ich hab doch gedacht ich hab doch gedacht Nadine rausgeskillt los verpiss dich flugzeug niemand will dich so schreiber sie weg die rotze nein ich bin offen oh fuck der kann mich nicht ja das ist ein Unmerc oh god Hilfe oh god wooo boah ok leb äh eh was gar kein Schut das ist klar als ob er jetzt trotzdem dröben einer tropfen ist ich heiße ist die runde drei torpedos und überlebt mit 1000 habe ich mir jetzt er tut er an und fährt trotzdem einmal tors beim top scheiß langsam was soll das viele ich dachte ich lebe noch der pizzer hochkommt in mein zimmer es war gemein jetzt habe ich auch wiederum ich habe die italiener muss eine pizza gleich ganz schnell essen diese runde viel gebrannt hätte ich ja gesagt so habe ich ja frisch gebacken an bord aber ich habe nicht viel gebraucht also soll ich das nicht du wenn du nicht willst musst du auch nicht sagen ist gut und einfach weil sage ich nichts junge amk du kannst einfach ganz entspannt sein und einfach ist einfach laufen lassen also nein halt stopp warte es war nicht das was ich meine aber okay ich respektiere deine wünsche oder deine gut ist echt scheiße wenn man so langsam ist und da jetzt nicht mehr rankommen ob der wird tot sein bevor ich mal schießen darf ich mal als ob du dich nicht siehst also nicht so weit dass ich seinen hp sehen würde ja die friesland füllt mit dir der mir auch keine reichweil als ob du pennern flugzeug hast mit reichweite ich kann auch schießen ich kann auch schießen dann hat er war abgeladen und ich sehe mir ap das meine schüsse da sind ja ich kann schießen los wie laut buster vergeben auch kommen report bismar report e killsteel ich habe die 15k schon bei mir gesehen schwöre ja habe ich zwei geschafft es wird so wenig humbug sag ich dazu nur humbug ein absolut zufrieden reichheit ist das ich glaub mir mal das ist ja die runde ja ich bin zufrieden so das war jedenfalls mal eine gute runde mit dem schimpf hier oh ja Mr. Krabs hat er oh ja okay bis zum nächsten mal leute schaui ich mein ja